Blumen sind das Lächeln der Erde. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als Blumen und mit Blumen leben. Hochbeete ist ja vor allem sehr praktisch, aber auch für Senioren auch sehr gut, weil man hat alles in einer richtigen Höhe und man kriegt nicht Kreuzweh. Die Kästen sollten alle einen Wasserablauf haben. Der Fehler wird immer gemacht, dass nichts drinnen ist, dass dann das Wasser steht unten, das verfault, das stinkt und die Pflanzen kreieren dann mit der Zeit, während sie hin und sie hungern. Also das ist einmal schon das Wichtigste. Je größer der Kosten oder je größer das Erdvolumen, desto besser ist es für die Pflanzen und desto besser ist es für ihren Erfolg. Dann setze ich da die paar Pflanzen noch ein. Das Kissen lasse ich ihnen dann da. Oh.